Dann mal los. Ich hab doch gesagt, wir fliegen nach Moskau. Ja? Schon mal von Tschernobyl gehört? Ja, da ist doch dieses Reaktorunglück passiert. Ja, sagt euch Extremtourismus, was? Du bist wahnsinnig. Wer kommt mit Paul nach Tschernobyl? Tschernobyl. Die Bewohner verließen die Gegend über Nacht. Sie hatten keine Zeit, irgendwas mitzunehmen. Fabriken, Schulen, Läden, Wohnungen, es ist alles noch da. Das ist Pripyth. Die Heimat der Arbeiter und Familien von Tschernobyl. Reaktor Nummer 4, wo sich die Katastrophe ereignet hat. Ist es hier sicher? Ich hab einen Geigerzelle, der sagt, ob die Strahlungswerte zu hoch sind. Wenn sich im Wasser was bewegt, sagt Bescheid. Hat sonst noch jemand so eine Geschichte auf Lager? Wir müssen jetzt fahren, es wird bald dunkel. Die Kabel wurden zerstört. Kontrollnäa точka Pripyth. Gde was nosen? Hey, habt ihr das gehört? Das klingt wie ein Baby. Sicher, dass hier draußen niemand ist? Oh mein Gott. Komm schon, schnell raus hier! Komm schon, los, los, los! War das ein Tier? Das war irgendwas anderes. Komm schon, kommt schon! Wo laufen wir hin? Komm schon! Wir müssen die Fenster! Wenn wir hier zurückgehen, da müssen sie irgendwo sein. Zoe, Zoe! Michael, das bringt doch nichts. Hallo? Sie folgen uns. Sie folgen uns nicht, sie jagen uns. Los! Nein! Wir haben ihn! Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg! Bitte helft uns! Nein! 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 Vielen Dank.